Ja hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über den Autopiloten bei dem Herrier. Ja auch der Herrier hat einen Autopilot und der ist leider wie bei vielen Flugzeugen DCS auch noch ein wenig beschränkt in welchen sachen er kann. Hauptsächlich geht es ja auch wieder darum dass er natürlich die momentane Ausrichtung halten kann. Das heißt fliegt ihr gerade in der Kurve oder habt ihr gerade ein gewisses Steig oder einen gewissen Steigwinkel anliegen oder eben soll er das so halten. Das ist natürlich wieder da drin dieser typische Attitude Hold den hat ja irgendwie jedes Flugzeug in DCS und zusätzlich hat der Herrier dann noch ein Altitude Hold wo man sagen kann diese Höhe die ich jetzt gerade eingestellt habe wird gehalten also in Barometric Altitude. Ja dann zeige ich einmal kurz hier unten die beiden Knöpfe die es dafür gibt weil das ist hier wirklich schnell erklärt und zwar habt ihr hier über den Stabilisierungsknöpfen diese zwei Hebel also was heißt Hebel die beiden Switches die ihr betätigen müsst. Einer ist das hier der AFC wo grundsätzlich der Autopilot eingeschaltet wird und in dem Fall ist das dann dieser Attitude Hold das heißt Flugzeug behält jetzt die aktuelle Fluglage die ihr habt bei und schaut eben dass er nicht eine Rolle kommt oder nach unten geht oder sonst was und wenn dieser aktiv ist dann kann man zusätzlich noch den Altitude Hold einschalten. Das heißt ich bin jetzt in einer gewissen Fluglage und sag in dieser Fluglage möchte jetzt aber die Höhe halten dann betätigen noch ein Altitude Hold. Mehr braucht man da nicht zu sagen und natürlich kein Altitude Hold ohne diesen AFC eingeschaltet zu haben. Ja dann würde ich jetzt einfach mal hier so fliegen und mache jetzt mal den AFC an und dann schauen wir mal hoch und das Flugzeug ist relativ stabil die jetzt gerade anliegende Ausrichtung die kann ich auch wie bei anderen Fliegern wieder so verändern und loslassen wobei hier in dem Fall fliegt er dann ganz schnell raus hier der AFC da steht wieder das Off das heißt wenn ihr zu heftig am Knüppel bewegt habt so wie ich gerade dann geht natürlich der Autopilot Modus raus da müsst ihr ein wenig aufpassen aber ansonsten wie in dem Fall jetzt macht ihr das AFC ein so schon stabilisiert sich das Flugzeug und dann müsst ihr schauen wenn ihr den Altitude Hold anmachen wollt dann könnt ihr das nicht machen wenn hier zu stark sinkt oder steigt sondern wenn dieser Vektor hier ziemlich in der Nähe ist das heißt in der jetzt gerade gehaltenen Fluglage möchte ich jetzt auch die Höhe halten damit tätigt ihr noch den hier und schon drückt der Herrier leicht die Nase nach unten und schaut dass eben der Velocity Vektor hier in der Mitte hier auf der aktuellen Flughöhe bleibt und die Flughöhe verändert sich auch nicht mehr jetzt nochmal um zu zeigen so wenn ihr die Fluglage leicht ändert könnt ihr das machen ihr seht zwar ist der Altitude Hold jetzt rausgesprungen aber der AFC ist noch an also ihr müsst da ein bisschen sanfter vorgehen bei der Hornet oder bei der Mirage könnt ihr da schon einigermaßen dran ziehen und wieder loslassen das ist hier nicht der Fall wenn ihr da zu zu harsch dran geht an die Schichte ich zeige das nochmal hier ganz leichte Inputs könnt ihr machen dann wird diese Fluglage auch beibehalten die ihr durch die leichten Inputs gebt jetzt nochmal zu schauen beide Schalter sind oben immer noch alles ist gut aber wenn ihr jetzt ein bisschen stärker dran zieht sowieso in dem Fall jetzt ist der Autopilot raus da seht ihr auch die Fluglage wird immer instabiler immer mehr Querneigung immer weiter geht die Nase nach unten deswegen wenn ihr den Autopilot aktiviert habt mit AFC und Altitude Hold seht zu dass ihr dann die Einstellung für die Veränderung der Fluglage immer nur mit ganz sanften leichten Bewegungen macht ja und ansonsten fehlt natürlich der Modus dass ihr einen gewissen Kurs halten könnt oder einen gewissen Kurs einstellen der ist leider nicht drin beim Flieger das tut mir auch immer ein bisschen weh aber ist leider so aber wenn man mal genau hinschaut der Flieger hat ja auch kein richtiges HSI sondern nur hier dargestellt und irgendwie fehlt natürlich dann auch der Knopf dafür ja so weit so gut auch wieder ein kleines schnelles Tutorial so mächtig ist der Autopilot beim Heria nicht und da würde ich sagen falls euch das Tutorial gefallen hat lasst mir bitte ein Like da und abonniert mich auch wenn ihr mehr sehen wollt gerade vom Heria würde mich freuen wenn noch mehr Abonnenten dazu kommen ja vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal komm Untertitelung des ZDF, 2020